Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Girls Talk hier beim offenen Kanal Südwestfals. Ich sitze wieder hier mit Jessica, meiner Co-Azubine, und wir haben wie immer ein Thema in diesem Umschlag, das wir von unserem Kollegen Max bekommen, der in der Regie sitzt. Und darüber dürfen wir dann acht Minuten reden. Unser heutiges Thema ist Familienplanung, ab wann? Wie stellen sich junge Menschen das heute vor? Das hört sich doch mal nach einem spannenden Thema an. Ich würde sagen, dann starten wir. Familienplanung? Also ich weiß nicht, ob ich schon mal mit dir überhaupt darüber geredet habe. Ich glaube nicht. Ich bin auf jeden Fall in der Familie. Ich bin in immer seit klein auch drei Kinder. Oh Gott. Okay, ich meine, you do you. Ja, ich bin immer drei Kinder. Ich bin immer von Anfang an und da es in meiner Familie ist, kann es sogar sein, dass es Zwillinge sind irgendwann in einem gewissen Bereich. Ob es die ersten oder also wann. Ich weiß nicht, ob du das so beeinflussen kannst, aber okay. Also von der Familie liegt halt in der Familie drin. Ach so. Ja. Und deswegen kann es gut möglich sein, dass ich halt auch Zwillinge bekomme. Ob dann beim dritten Kind auf einmal Zwillinge sind, dann sind es halt vier auf einmal. Okay. Aber eigentlich habe ich drei Kinder schon von Anfang an geplant. Und wenn mein Zukunft ja das nicht will, dann Pech gehabt. Drei Kinder. Da wird halt immer verhütet, oder wie? Nein. Also wenn es dann mehr werden, dann ist mehr, aber ich will drei Kinder. Lieber zukünftiger von Jessica, mach dich auf was gefasst. Wären nicht weniger. Und bei dir so? Also bei mir, ich bin unentschlossen tatsächlich. Also ich kann mir vorstellen, dass ich irgendwann so zwei Knirpse haben könnte, aber da ich halt noch einiges in meinem Leben vorhabe, bevor ich Richtung Familie gehe, weiß ich nicht, ob ich das zeitlich packe, weil die Frauen biologische Uhr tickt, ne? Aber mein Freund und ich haben uns darauf bisher geeinigt, dass wir eventuell erstmal keine haben. Es sei denn, wir sagen dann, okay, jetzt ist die Zeit. Aber allerhöchstens zwei. Weil viele von unseren Mitarbeitern machen immer so ein bisschen den Witz, dass ich ein bisschen sehr grob zu Kindern angeblich bin. Was ich eigentlich nicht bin. Nur so als Info. Aber ja, ich weiß nicht, ob ich so wirklich damit klarkäme, dann jemanden aufzuziehen in einer Welt, die immer schlimmer wird. Und deswegen bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Aber ich verstehe es, warum man Kinder haben will. Ich könnte es mir eventuell vorstellen, aber ob das in naher Zukunft kommen wird, kann ich noch nicht sagen. Ja, ich denke mal, dann denke ich auch zum Beispiel an Corona. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel älter wäre, egal wer ich alter, meine Schwester zum Beispiel will eigentlich zurzeit Kinder, immer nicht. Sie würde es zum Beispiel jetzt auch gar nicht wollen, auch wenn sie Kinder will. Einfach nur wegen Corona. Ja, okay. Das ist verständlich. Das verstehe ich auch. Also ich würde niemals jetzt im Corona-Krieg, was auch immer, alles zurzeit eigentlich alles ist. In diese Welt oder in diese Zeit würde ich auch gar ein Kind hinein geboren, gebären. Ich wollte nichts Probleme. Ja, passiert. Ja, also Kinder jetzt auf jeden Fall nicht. Auch da ich jetzt noch mit der Ausbildung gerade bin und dann mit der Ausbildung fertig und dann ein neuer Beruf und da erstmal auch nicht die ersten Jahre. Aber vielleicht so in fünf Jahren oder so, wenn ich dann halt wirklich so ein bisschen gearbeitet habe, dann wäre ich bereit dafür. Natürlich in Sicht von heute, man weiß nie, was in fünf Jahren ist. Ja, eben. Normalerweise würde ich sagen, wenn ich dann halt einen ansteckenden Beruf habe, Geld auch bekomme, genügend und dass ich dann auch sagen würde, ich wäre bereit für ein Kind. Und dann halt irgendwann das Zweite und dann irgendwann das Dritte. Vielleicht dann sind es irgendwann das Erste und Zweite zusammen. Man weiß es ja nicht. Das könnten Zwillinge sein. Alles möglich. Aber ja, also Kinder können da fest rein, auch Mann, Ehemann. Auf jeden Fall würde ich vorher heiraten, bevor ich Kinder bekomme. Wenn die Kinder nicht dann aus Versehen passieren. Man weiß ja nie, ob... Es sind alles Wunschkinder, alles Wunschkinder. Man weiß ja nie, ob ein Kondom reißt, ob die Pinn nicht funktioniert. Deshalb, wenn alles so richtig geplant, dann nach der Hochzeit. Und falls es wirklich dann halt davor ist, dann hoffe ich halt auch, dass der Kerl dann nicht gleich abhaut, nur weil es vielleicht zu früh Kinder kommen. Ja. Das hoffe ich natürlich dann auch. Das ist auch ein Unding, wenn man mit einer Frau Kinder bekommt. Wenn auch aus Versehen. Soll ja auch passieren, dass dann halt Mann, also wirklich Mann direkt abhaut. Weil schließlich ist man mit dran schuld. Hatten wir ja vor einer Zeit lang auch schon mal das Thema mit Pille für den Mann. Da war ja dann ähnliches. Weil auch er eben für die Verhütung verantwortlich ist. Und wenn es halt bei der einen passiert, dann passiert es halt gemeinsam. Ob man jetzt null will oder nicht. Aber da ja auch die Frage hier steht, wie stellen sich junge Menschen das heute vor. Ich denke, dass viele so wie wir denken, dass erst Karriere vorgeht, bis man ein festes Gehalt hat, seinen Wunschberuf erreicht hat eben. Dann eventuell Hochzeit, wenn man dann heiraten will. Und zusammenziehen davor natürlich. Und dann erst Kinder. Und dann auch meistens so zwei oder drei. Ja, so zwei, drei. Aber ich denke auch, dass es auch ganz anders ergehen würde. Die wollen dann zum Beispiel sagen, ich will gar nicht arbeiten. Wo dann sagen, ich mache jetzt Kinder. Dass ich quasi Kindergeld bekomme und so. Und geben den Kindern eigentlich dann nicht das, was sie brauchen. Das gibt es natürlich auch. Also entweder gibt es eigentlich die, wo ab Karriere streben. Und sagen dann, okay, wenn ich genug Geld habe, wenn ich finanziell gut aufgebaut bin, dann Kinder. Und es gibt auf der anderen Hand die, wo sagen so, ja, ich mache Kinder, dann habe ich quasi Geld. Dann muss ich nicht arbeiten. Was ich aber auch schon gehört habe, ist, dass das alte Familienrollenbild wieder zurückkommt. Also wie gesagt, nur hören, sagen oder aus dem Fernsehen. Aber dass eben dann die Frau, sobald sie Kinder bekommt, sagt, okay, ich bin jetzt daheim. Ich mache Hausfrau. Ab hier ziehe ich einen Schlussstrich mit meiner Karriere. Ab hier bin ich nur für die Familie. Das soll auch wieder im Kommen sein. Ich meine, kann ja jeder machen, was er will. Aber mein Ding ist es jetzt nicht so. Mein Ding ist es auch nicht. Also auch wenn ich Kinder habe. Ich meine, in der Zeit, wo ich eigentlich dann die Elternzeit haben kann, werde ich das auch mit meinem Vater der Kinder, sag mal so, dann halt auch besprechen. Und wenn er sagen würde, er würde Elternzeit nehmen und ich kann zum Beispiel arbeiten gehen, dass er vielleicht auch da bleiben würde, ist das kein Problem. Nur, vor allem in der Stillzeit, ganz, ganz am Anfang, da werde ich jetzt nicht umgehen. Ja, aber das ist ja auch hier, wie heißt es, Elternfreizeit, wie fällt das Wort nicht? Elternzeit, ja doch. Elternzeit, das habe ich ja gerade gesagt. Ja. Ja, das würde ich auch dann auch, wenn er sagen würde, er möchte dann ein Teil mit Elternzeit haben, wenn ich ein Kind da sein kann, ich kann auch arbeiten gehen teilweise, dann würde ich das auch machen. Weil ich würde eigentlich versuchen, danach so schnell wie möglich eigentlich dann wieder in den Beruf zu kommen. Natürlich auch, wenn mein Kind da sein, vielleicht nur halbtags arbeiten oder irgendwie, zum Beispiel, ja, je nachdem schauen oder halt was auch immer für mich gerade, also Beruf ich gerade habe, was ich gerade machen kann, halt nur teilweise arbeiten. Also, aber so Kinder und so eine klassische Familie schon. Also, okay. Familieplanung. Ja, ich glaube, es ist auch wieder so ein bisschen im Kommen, dieses Familie haben etc., weil das war ja eine Zeit lang halt nicht so, und da war es nur auf Karriere aus. Aber unsere Zeit ist jetzt auch schon fast vorbei. Hast du noch was zu sagen? Ja, also, wie ich schon gesagt habe, ich will Kinder. Man wird zehn Mann, ich denke, wie schon gesagt, vielleicht so in fünf Jahren, wenn ich fest bin mit Gehalt und alles und heute nicht einen Beruf habe. Gut, das hat sich nach einem guten Abschluss angehört. Ich habe jetzt schon mal Stopp gedrückt, dass der Timer uns jetzt nicht um die Ohren fliegt. So, das war es dann auch schon wieder mit unserer Folge. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Falls ihr Ideen habt, könnt ihr die uns ja zukommen lassen per unsere Social Media Kanäle. Und bis zur nächsten Woche dann. Ciao. Ciao. Ciao.